Das ist noch mehr da. Das ist noch mehr da. Das ist noch mehr da. Magnum Level 20. Richtig nur Grünstoffe. Ich mag dich nicht mehr. Ich mag dich. Gut, zweimal Grün. Und... ...nochmal zweimal Grün. Ah, da geht's zurück weiter. Ah, da geht's zurück weiter. Was denn? Ich bin hier wieder. Warnung. Feindkräfte näher an sich. Warnung. 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 Ich bin versteckt. Ja, das ist der Öffner. Was? Da weiß ich auch nicht. Aber das sind sogar für dich zu viele. Wenn die Welt jemals wieder normal wird, hoffe ich, dass du dies findest und weißt, dass ich nicht leiden musste. Du sollst dich nicht quälen. Ich denke an dich. An die Stelle, an der wir unseren ehesten Abend in der Stadt verbracht haben. Ich kann mir wirklich einen schöneren Ort vorstellen. Ich werde dich für immer lieben. Deine Alesis. M1A Klassik. 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 Ware lokalisiert. Lade Koordinaten hoch. Was tun wir hier? Was tun wir hier? Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, versteckt sich hier. Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Ich hab ja grad was Blaues gesehen. War nicht. Ich glaube, du hab gesagt. Äh... Kann ich mal gehen? Zu spät. JTF-Verstärkung angefordert. Warnung! Gegner näher an sich! Warnung! Feindkrafte näher an sich! Warnung! Spreng vor Richtung Brunheim 6. Oh, ich hab nicht gelöst. Hehehe! Sag es! Ja. Da liegt er wieder. Feindkrafte näher an sich! Schee... Improvisierte Sprengvorrichtung entdeckt. Und das tun? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es wird nicht mehr Metal. Es wird nicht mehr Metal. Was liegt der denn? Bereich gesichert. Gegner neutralisieren. Oh, nix. Oh, wieder halten. Jetzt bin ich. Ja, von hinten fielen wir noch. Okay. Okay, gut. Ein Sniper dabei. Ah ja. Auch nicht mehr so viel mehr. Nix. Um zu legen. Um zu legen am Warten. Geh ich auch mal eben looten. Das kann nix gilern. Also zumindest paar blaue Sachen. Eine blaue M870. Was immer das ist. Was ist bloß los mit ihnen? Was ist bloß los mit ihnen? Was ist bloß los mit ihnen? Er ist bloß los mit ihnen? Was ist bloß los mit ihnen?